Qualität und Kundenzufriedenheit haben beim Friseur in der Spiegelgasse höchste Priorität. Das Landshuter Unternehmen besteht schon seit über 25 Jahren und wird heute von Michaela Jaczynski geführt. Gemeinsam mit ihrem motivierten und top geschulten Team schneidet sie Damen, Herren und Kindern die Haare. Hier können sie neben den klassischen Services viele Zusatzleistungen in Anspruch nehmen. Die Mitarbeiter beherrschen nämlich die verschiedensten Strähnchen und Farbtechniken sowie Dauerwellen. Sie färben außerdem ihre Wimpern und tun dies genauso mit ihren Augenbrauen, die auf Wunsch auch gezupft werden. Im Studio werden ausschließlich hochwertige Produkte der Firma Liesapp verwendet. Die Räumlichkeiten sind modern eingerichtet und bieten eine angenehme Atmosphäre, in der die freundliche Fachberatung ein doppelter Genuss ist. Der Friseur in der Spiegelgasse. Dieser Betrieb hat nicht nur Haare im Kopf, sondern den gesamten Menschen im Auge. Der Friseur in der Spiegelgasse. Viewer & Cofer-FM